könnte jetzt hierhin ja so geht okay warum hat das dann eben bei anderen dings nicht geklappt ach weil da die stachel davor sind bestimmt okay verstehe schreiten da so das ist dieser komische zwerg es ist dieser komische zwerg und nein nein nicht so unfähig ob ich die hasse ok das will ich aber auch hoffen gut gucken wir mal wie wir ihn befreien können stimmt nicht mit purer gewalt die frage ist nur wie befreien wir ihn so nicht da hinten ist wieder so ein komischer möchtiger dings ich habe keine ahnung vielleicht irgendwie nehmen wir einfach das ding hier benutzen nach neben den ausgang aber welchen ausgang meinte na schauen wir mal finden schon noch das was er haben wir hier nicht dass er dass er wieder hinten leuchtet was das heißt wir können da tatsächlich das ding öffnen da müssen wir auch noch da hinten hin noch aber das sollten wir schaffen so was ist denn das für ein schönes ding berühren noch mal berühren wehe er klaut mir jetzt meine ganzen items wieder aber er freut sich so süß erst werde ich die sachen holen die da noch so drüben liegen einfach nur damit es gemacht ist damit ich die abgeholt habe und so so dahin dahin passt dann kann ich da hinten vielleicht das relikt holen vielleicht aber auch nicht hier muss ich hier noch mal das ding benutzen ok krieg ich aber auch noch hin so einfach nur um hier irgendein komischen kristall wieder zu bekommen weil die kann ich ja immer sehr gut gebrauchen einen davon noch und wir haben auch wieder mehr leben mehr mehr leere energie also jetzt noch das ding mit den käfig verbinden und dann muss auch schon so gut wie geschafft einfach direkt oder ja ok ach da ok das was da so komisch leuchtet das war verkehrt ähm wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen ohne vorher anzudocken ah ich verstehe dann müssen wir erst hier hin dann darüber irgendwie oder auch nicht ich weiß nicht schaffe ich das darüber zu springen nein natürlich nicht wieso mhm mhm gut dann machen wir es anders was bewegt sich eigentlich hier hinten die ganze zeit ich hab keine ahnung so machen wir das so erstmal und zack dann kann ich da einfach gemütlich rüber gehen kann dann hier das ding benutzen und kann dann hier einfach den käfig nach links ums eck schieben jaja laber nicht wow animation shoot mei lord my prince thank you thank you thank you so much for this infinite kindness i don't know how to thank you enough maintainer my prince of course Sollt ihr jetzt nicht tanzen oder sollt ihr die Tür öffnen? Okay. Das müsste mir eigentlich umsonst angeboten werden. Na aber okay. Er hätte jetzt keine Permission bekommen, also ich weiß ja nicht. Ich drücke B, um deinem Blut anzubieten. Einfach mal wieder die Haut aufreißen, die ist ja schon gewohnt. Dann schauen wir mal. Episch die Brücke darstellen. Verdammt cool gemacht, muss ich ja ehrlich gestehen. So. Aber was haben wir jetzt hier? Wir können jetzt hier links und rechts hoch. Hier haben wir aber glaube ich nicht so viel. Nee, dann gehen wir lieber die andere Seite hoch. Und er speichert. Und da ist wahrscheinlich jetzt die Medusa drin, oder wie? Würde mich ja nicht wundern. Was seid ihr denn für Vögel? Ihr seid meine Untergebenen. Und möchte gern Harpien. Sind wahrscheinlich Harpien oder sowas. Könnt ihr mir vorstellen. Obwohl, ich hab's gekontert. Oh mein Gott. Was ich das nochmal schaffe hier. Wie soll ich denn dem ausweichen? Friss das. Und noch mehr davon. Einfach mal, damit die ein bisschen Schaden hier bekommen haben. Dann muss ich nur noch lernen, denen auszuweichen. Oh, 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 oh. Aufessen. Lecker Harpienfleisch. Und den eigenen Speer verspürt. So muss es sein. Ah. So, was ist ein... Burgbewohner. Harpien, der Tür. Ja, sag ich doch, ist ein Harpier. So viel Fabelwesen-Kenntnisse habe ich gerade noch. Klingt komisch, ist aber so. Kommt schon. Hier, Döche. Döche. Oh Gott. Mehrzahl von Dolch. Döche. Gut, Mammut. Gut, Mammut. Weiter so. Es wird noch was mit dir und der deutsche Sprache. Hey. Du darfst sterben, weißt du? Ja, aber so wird das nix. Nee, dafür bräuchte ich wesentlich mehr von diesen Flächenangriff-Dingern, weil die halt dafür wahrscheinlich besser sind. Aber abwarten. Noch ist ja nicht alle Tage Abend. Los, komm. Genau. Ah, nicht so. Machen wir es so, dass ich dich auch attackieren kann hier. Bevor jetzt der Multiplikator wieder weg ist. Ja, geht doch. Einfach nur, damit ich lerne, damit umzugehen. Ich weiß, ich könnte da jetzt einfach B und Finishing machen, aber mir geht es jetzt eigentlich mehr um die Energie als um alles andere. Jetzt kann ich das hier mal in den Fegen immer noch nicht machen. Okay. Ja, jetzt haben sie mich mal getroffen. Jetzt ist das okay. Au. Jetzt hat sie mich schon wieder getroffen hier. So. Nom, nom. So, und hier jetzt auch nochmal. Komm. Ich weiß, dass du es willst. Du willst von mir gegessen werden. Oder verspeist oder vernascht oder was auch immer. Nom, nom. So. Ja, ich weiß, ich habe ein Relikt im Menü. Ist mir jetzt aber ganz schön egal erstmal. Aber ich habe erst geskillt. Ähm. Jo, bitte. Danke. Eine Löche. Ein Tagebuch. Regina de Camp, der HPN-Mörder. Ich heiße Regina de Camp. Oder de Camp, oder was auch immer. Und obwohl sich mein Leben dem Ende nähert, können meine Worte noch immer jenen Wissen und Nutzen bringen, die sie aufmerksam lesen. Ich schreibe mit meinem eigenen Blut, da mir die gnadenlosen, geflügelten Frauen schwere Verletzungen zugefügt haben. Durch geschickten Einsatz hat sie die Klinge meines Schwertes mehrfach durchbohrt. Doch da mir die Fähigkeit fehlte, in der Luft gegen sie zu kämpfen, konnte ich ihnen nur große Schmerzen zufügen und sie in die Flucht schlagen. Mir ist bewusst, dass keine Ausbildung auf so eine Kampfanweisung vorbereitet. Doch ich bin überzeugt, dass jemand, der sie auf dem Boden zwingt, einen befriedigenderen Sieg davon trägt als ich. Ich schließe diese Schriftrolle voller Stolz in dem Wissen ab, dass ich die Ehre hatte, diesen edlen Zweck zu dienen. Gott wird meine Treue mit einem ewigen Aufenthalt in seinem Paradies belohnen. Ja, von wegen. Als ob Gott das so gnädig ist. Gut. Dann mal rein in diese kleine Mini-Festung unter der Festung. Das ist ja hier alles immer noch unter dem riesigen Schloss von den Vampiren hier. Das ist immer unser Gabriel's Schloss, Dracula's Schloss. Und da kommen die schon wieder an. Ist ja nicht wahr. Wie bestellt und nicht abgeholt hier. Na los. Wie kriechen die jetzt auf dem Boden? Das weiß ich nicht. Ob es da wirklich halt so eine richtige Möglichkeit gibt oder sowas. Ähm. Machen wir hier den Fledermaus-Schwarm. Vielleicht kann das helfen. Es geht. Doch, das kann man so machen, theoretisch. So, das war's mit dem. Machen wir das Ganze gleich nochmal. Wenn wir denn die Fledermaus-Action wieder drin haben hier. Da könnte sich ruhig mal die Abklingzeit verringern oder sowas. Aber bestimmt kann ich das da noch skillen. So kommt her, ihr kleine leere Energie hier. Oh, neutrale Energie, Blutenergie. Irgendwie sowas ist das hier dann jetzt hier. Oh, das Verrecke. Elendig. So, und nochmal. Nom, nom.